Ein alter Dachboden steckt voller Überraschungen. Luca hat so eine Art Beamer gefunden. Einen altmodischen Beamer. Da steckt so ein kleines Plastikteil drin. Von denen gibt es noch ganz viele. In dem Rahmen sind Folien mit kleinen Bildchen. Luca schaltet das Ding mal an. Voll unscharf. Wie bekommt man denn so ein Bild scharf? Naja, offensichtlich ist in dem Ding eine Sammellinse. Die Brennweite steht auf dem Projektor. F ist gleich 120 mm. Das beleuchtete Plastikding ist doch ungefähr so weit von der Linse entfernt. Kann man damit ausrechnen, wo ein scharfes Bild entsteht? Ja, da hilft. Die Linsengleichung. Wir wiederholen zunächst, was wir über Sammellinsen wissen müssen. Zur Konstruktion des Bildes eines Gegenstands an einer Sammellinse brauchen wir die Mittelebene oder Linsenebene der Linse und die optische Achse. Dann zeichnen wir die beiden Brennpunkte F1 und F2 ein. So wie exemplarisch eine der beiden Brennweiten F. Im Abstand klein g der Gegenstandsweite platzieren wir den abzubildenden Gegenstand, dessen Gegenstandsgröße Groß-G ist. Der Gegenstand soll nun beleuchtet werden. Von den von ihm ausgehenden Lichtstrahlen interessieren uns nur die drei wichtigsten. Der parallel zur optischen Achse laufende sogenannte Parallelstrahl wird an der Brennebene so gebrochen, dass er durch den Brennpunkt F1 läuft. Der durch den gegenstandsseitigen Brennpunkt laufende Brennpunktstrahl wird an der Brennebene so gebrochen, dass er parallel zur optischen Achse verläuft. Das Bild des Punktes, den wir abbilden wollen, liegt am Schnittpunkt der beiden Strahlen. Der Vollständigkeit halber zeichnen wir noch den Mittelpunktstrahl ein, der gar nicht gebrochen wird. Jetzt haben wir den Bildpunkt des oberen Endes des Gegenstands konstruiert. Da das untere Ende des Gegenstands auf der optischen Achse liegt, liegt dessen Bildpunkt auch auf der optischen Achse. Und wir können das Bild einzeichnen. Die Höhe des realen, auf dem Kopf stehenden, vergrößerten Bildes bezeichnen wir mit der Bildgröße Groß B und seinen Abstand von der Brennebene mit Klein B, der Bildweite. Du kennst schon die Abbildungsgleichung Klein B durch Groß B gleich Klein G durch Groß G. Jetzt kostenlos testen! Buchstab. de